Wir können also mit ein paar Schützen dann angreifen. Also Schützen und Hunden. Und ja, ich nutze das Gebiet hier hinten zum Bauen. Achtung! Was wünscht ihr? Schon auf dem Weg. So, da kann ich auch gleich eine Schmiede hier daneben stellen. Gebäude, wo der Risch entlang... Und eine Holzfädelhütte, eine Segemühle. Auf geht's! Ich kann schon mal gleich die nächsten sechs Leute holen. Was wünscht ihr? Und kann euch dann mal eine Demonstration des Hundezwingers geben? Gebäude wurde errichtet. Schon dabei! Den errichten wir einfach hier mal neben dem Monument. Zu diensten! Auf geht's! So. Hier unser Nahrungslager hier errichten. Was wünscht ihr? Dann brauchen wir eine Schmelze. So. Unser Hundezwinger. Man sieht, ein Rudelhunde kostet 60 Nahrung. Was das Ganze gerade bei Menschen sehr effizient macht. Gebäude wurde errichtet. Schon dabei. So. Also ja, ich baue einfach nur mal ein... Was wünscht ihr? Was kostet eigentlich eine ungerade Zahl, dass ich jetzt... Achso, die Schmelze. Okay. Habe ich sonst noch was, was ungerade... Also 5er-Schritte kosten würde? Nicht wirklich. Okay. Herr der Rune? Einfach mal zu Testzwecken. Da brauche ich noch einen zweiten Hundezwinger. Auf geht's! Und lasst euch... Eisen abbauen. Gehen wir es an. Gebäude wurde errichtet. So. Okay, man kann immer nur ein... Ja, bin unterwegs. Wolfsrudel haben. Äh, ein Hunderudel haben. Gebäude wurde errichtet. Hier bin ich. So, da sind die Hunderudel. Die ist auch schon. Hier bin ich. Also die Hunde und ein paar Armbrustschützen... ...dürften reichen, ähm, schon mal reichen, um... ...bisschen stumm zu machen. Und man sieht, die Hunde gehören nicht zum Bevölkerungslimit. Was sie sozusagen zu ziemlich guten, ähm... ...bisschen stumm zu machen. Ja... So grausam ist es auch klingend... ...meetshields macht. Achtung! Vor allem, da sie halt kostengünstig sind. So, errichten wir mal unseren... Das ist der Aria-Schrein. Ich hätte gerne... ...ein Tempel des Lichts. Auf geht's! Gebäude wurde errichtet. So, und... ...einen Schließstand. Gehen wir es an! Können wir hierher quetschen? Gut. Kann ich gleich eine Jagdhütte hier... ...neben dem Nahrungslager errichten? Damit wir noch schneller an Nahrung kommen. Also ja, so viele Tiere wie hier halt rumrennen... ...bräuchte ich gar nicht mal... ...höchstwahrscheinlich keine... ...farmen. Aber ich glaube, ich werde dann trotzdem später nicht drum herum kommen. Vor allem, wenn wir... ...schneller an Nahrung kommen wollen... ...wollen wenigstens eine zu errichten. Also hier drüben. Ja? Jäger? Bitte? Näher richten wir sie hier drüben. Die Fischerzunft macht gut was her hier, muss man sich schon sagen. Ja, die Doppel-Armbrust. Neue Fähigkeit verfügbar. Bitte mal. Ja, und Urias... ...triggert die Gegner wohl, scheinbar leider. So, jetzt wird es langsam Zeit, dass ich wieder Holz bekomme. So. 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 Oh, das ist jetzt nicht so schön. Achtung! Kämpft! Bereit für den Garten! Zeigt zu sterben! Ja! Verteidigt euch! Also ja, das meine ich damit. Die sind eher... ...als... ...Miet-Schilds geeignet. Also als Kanonenfutter. Das Gute ist, ich kann neue ausbilden. Ich kann nur leider keinen Wegpunkt setzen. Kämpft! Da haben wir 10 neue Runde. Machen wir jetzt noch 5 Armbrustschüssen, so können wir das Lager dort angreifen. Wenn ich mal gucke, können wir eine Rüstkamera richten? Ja, können wir. Wird sofort erledigt. Erwarte Befehle! Okay. Zerstören wir mal, stellt das Lager hier. Achtung! Kämpft! Vorsicht! Zurück mit euch! Also ja, wir verlieren gerade mit der Bunde. Achtung! Oh, Alamantium-Waren! Da oben ist ein Lager. Hier ist noch mehr Eisen und Spinnen. Okay. Bleibt standhaft! Oh, das hat einen meiner Armbrustschützen übelst erwischt. Okay, da hinten ist ein noch größeres Lager von Fein. Aber bevor wir uns um das kümmern, speichern wir hier erstmal wieder und dann gibt es unseren ersten Cut. So. Also, bis gleich! Bye! Bye! Untertitelung des ZDF, 2020